14,8% mehr Rente ab März 2023. Aber nicht für Deutschlands Rentner. Polnische Rentner freuen sich. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. In Deutschland, das wissen wir seit dem 20. März 2023, gibt es zum 1.7.2023 eine Rentenerhöhung. Und zwar im Westen um 4,39% und im Osten um 5,86%. Die Rentenerhöhung folgt der Lohnerhöhung oder Lohnanpassung, Lohnanpassungsindex 2022 zum Jahr 2021. Ja, und ich bekomme selbstverständlich auch Anfragen oder interessante Informationen auf rentenbescheid24.de. Unter anderem von einer Dame, die unseren YouTube-Kanal gerne guckt und recht herzlichen Dank dafür. Und auch danke für die interessante Information. Diese lautet sinngemäß. Hallo Herr Knöppel, vielleicht ist es ja interessant zu wissen, dass es ab März 2023 in Polen eine Rentenerhöhung um 14,8% gibt. Das ist ordentlich, meine Damen und Herren. Ja, ich bekomme auch eine polnische Rente und ab März 2023 auch die höhere polnische Rente, also die Rentenerhöhung sozusagen. Ich habe mich sehr gefreut. Wir freuen uns natürlich auch für Sie, ist ganz klar. Außerdem gibt es auch zwei Sonderzahlungen, eine 13. und 14. Rente. Im April gibt es nochmal 337 Euro und im Herbst dann nochmal dasselbe dazu. Ja, wenn das so weitergeht, bekomme ich in ein paar Jahren für 12 polnische Beitragsjahre so viel Rente wie in Deutschland für 23 Beitragsjahre. Naja, ob man das beides miteinander vergleichen kann, das weiß ich nicht. Aber generell sage ich einfach, klasse, ich freue mich, wenn Sie die Rentenerhöhung oder die Rentenanpassung von 14,8% erhalten haben. Das ist ein tolles Ding. Das wäre in Deutschland sicherlich so nicht möglich. Die Anpassung ihrer polnischen Rente als Teil der sogenannten Walurisierung, das nennt man Anpassung an die Teuerungsrate, in Höhe von 14,8% wäre für Deutschlands Rentner auch ein Segen. Aber wahrscheinlich schlichtweg nicht bezahlbar. Sie wissen, wir haben knapp 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner und eine Rentenanpassung kostet in Deutschland eben auch mal ein paar Euro 50. Wir reden hier von mehreren Milliarden Euro. Die Rentenanpassung in Deutschland, wie ich es schon gesagt habe, folgt immer der allgemeinen Lohnentwicklung und nicht der Teuerungsrate. Insgesamt gibt es also zum 1.7.2023 in Deutschland eine deutlich niedrigere Rentenanpassung als in Polen. Der polnische Rententräger, die ZUS, vermeldete die Anpassung um 14,8%. Ich sage, so weit, so gut. Wir freuen uns. Die polnische Mindestrente steigt ab dem 1.3.2023 von 1.338 Sloty auf 1.588 Sloty. Das betrifft also die Altersrenten. Die Mindestrente bei vollständiger Arbeitsunfähigkeit, bei uns dann die Erwerbsminderungsrente, Hinterbliebenenrente und Sozialrente wird ebenfalls auf 1.588 Sloty angehoben. Wenn wir uns den tagesaktuellen Umtauschkurs 23. März 2023 von einem Sloty in Euro anschauen, ein Sloty entspricht ungefähr 21 Euro Cent, bedeutet das, dass 1.588 Sloty Mindestrente rund 339 Euro ausmachen würden. Das heißt also, in Deutschland hätten wir dann einen Gegenwert von 339 Euro Rente. Können Sie sich also mal vorstellen, wie hoch die Mindestrente in Polen ist und wie hoch in Deutschland die durchschnittlichen Rentenleistungen sind. Die liegen ungefähr bei 900 Euro Netto Auszahlungsbetrag. Also insoweit kann man sagen, sind die polnischen Mindestrenten doch deutlich niedriger als die deutschen Durchschnittsrenten, die im Durchschnitt gezahlt werden. Aber dennoch, meine liebe Dame, die uns die Nachricht geschickt hat, nochmal Daumen hoch, 14,8% Rentenanpassung ist echt stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Beneide ich Sie wirklich ein bisschen um diese Höhe. Wir freuen uns auch für alle polnischen Rentnerinnen und Rentner, die die Rentenanpassung dann hoffentlich auch bekommen. Sie haben es wahrscheinlich genauso bitter nötig wie in Deutschland, aber in Deutschland wäre 14,8% schlicht und ergreifend nicht möglich, nicht bezahlbar und auch rechtlich nicht möglich, weil in Deutschland die Renten nicht der Erteuerung folgen, sondern der Lohnentwicklung. Näheres zum Thema Rentenerhöhung 2023 in Deutschland finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Wir sehen uns beim nächsten Mal.